Hallo, hier bin ich wieder, eure Dodo. Wir haben alle Walkers vertrieben und jetzt haben mein Baby geboren. Oh, es kringelt. Ja. Ja. Oh, ja. Ja. Oh, wie süß. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Naja, jetzt ist Kay nicht mehr so unstabil. Was guckt sie? Was? Wieso muss es gehen? Wohin? Äh, hallo? Ich dachte, du würdest an mich glauben. Das nennt man nicht Glück, das nennt man... ich weiß es nicht. Ich weiß es. Ich weiß es. Gut. Okay. Na ja. You take care of yourself. I mean that. Here. Danke. Danke. Thanks. Yeah. I, uh... I gotta go. Okay. Hm. Sie gehen alle irgendwann. Nein. Nichts ist okay. Die haben keine Lebensmittel. Jane ist weg. Ja, was hast du denn wohl mit der getrieben? Nein. Es ist halt bei den Idioten. Du bist beide ausgültig. Alles, was du tun ist, war es kämpfen. Schau, ich bin sorry, okay? Ich hab verletzt. Aber du wißt du, Jane? Sie hat eine Offer. Und Jesus Christus, ich brauch das, okay? Ich meine, du bist rund um dich, okay? Alles ist scheiße. Entschuldige mich für einen Moment oder etwas anderes. Okay. Aber dieser Baby, er ist das, was wichtig. Entschuldige? So get your scheiße zusammen. Wo ist mein Baby? Alles okay? Alles okay? Alles okay. Wir brauchen einen guten Ort, um ihn zu fahren. Das ist nicht hier. Wir müssen aufhören. Wir gehen nach Norden. Wir gehen nach Wellington. Das ist unser bestes Schuss. Es gibt eine Stadt über die Rive. Es könnte sicher sein da. Oder zumindest es könnte ein guter Weg sein. Kenny! Oh, sorry. Clem hat einen Punkt. Ja. Ich weiß es nicht. Am besten wäre es. We should leave in the morning. Rebecca is not in any condition to travel. I'll be fine. If there's a chance there's food, we have to risk it. Okay. Fine. If that's what you want. But we should all try to get some sleep. It's been a long day. Yeah. Und jetzt schneit's auch noch. Guck mich nicht so grimmig an. Guck. 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 Man, ich hab keinen Bock mehr in dieser blöden Gruppe. Da war das mit Lee alles viel unkomplizierter. Die sind alle total deprimierend, total aggressiv und gehen mir alle auf den Piss. Können nicht alle lieb und nett sein? Und von der einen auf die nächste Sekunde hat es sogar geschneit. Wir haben jetzt schon Winter oder was? Aber wir mussten los. Wir müssen weiter. Wir können nicht die ganze Zeit irgendwo stehen und sitzen bleiben. Naja. Eine gesunde Hautfarbe hat sie sowieso nicht, ne? Ich weiß ja nicht, ob denen das auffällt. Nein. Nein. Oh nein. Ihr helft niemandem, wenn das so weitergeht. Ich weiß, aber schreiten hilft trotzdem nichts. Kenny weiß, was er trinkt. Äh... Oh, das ist der Krüppelmann! Keine Ahnung! Ich glaube, seine Schwester ist krank. Jaaa! Jaaa! Wie geht's da nachher, ist das? Jaaa! Das sind sie? Ja, das sind sie. Oh Mann ey! Was hat er gesagt? Hallo, ich hab nichts ausgeraubt! Ich nehm gar nichts! Toll, danke! Toll, danke! Wir haben ein Baby, Gottverdammt nochmal! Oh Mann, jetzt hört doch endlich mal auf! Och Mann, jetzt hört doch endlich mal auf! Scheiße! Hilfe! Was?! Gottverdammt nochmal! Rebecca ist ein Walker geworden, aber warum so schnell? Verdammt! Okay! Das war Mist! Och Mann, oh! Wieso muss das immer so enden? Hm... Vor allen Dingen, hallo, wir haben gar nichts geklaut! Ey, wir haben überhaupt nichts geklaut, ne? Jetzt dachte ich endlich mal, dass das funktioniert! Nicht so wieder in der Staffel 1 von wegen, wir haben die Sachen aus dem Auto rausgenommen, dann entführt der Typ Clementine! So, nein! Jetzt ist es so, jetzt haben wir nicht bestohlen, jetzt sind wir trotzdem die Deppen! Also ganz ehrlich, ich hab langsam keinen Bock mehr! Mann! Mann! Och Mann! Naja, egal! Ja, meine Entscheidung in Episode 4! Äh, Wohnwagen zurückgelassen! Ja, ich hab sie ja natürlich auf jeden Fall mitgenommen und gerettet, sowie 71,3 Prozent! Die anderen, die sich dagegen entschieden haben, die sollen sich schämen! Entschuldigung! Mitgefühl, Abo bestohlen, okay, das war jetzt ein bisschen doof! Ähm, ja, ich und 55,5 Prozent ist nicht besonders viel, die andere Hälfte hat ihn bestohlen! Ist natürlich vielleicht genau das gleiche passiert! Obwohl, hätten wir ihn bestohlen und erschossen, hätte er vielleicht nicht zu seinen russischen Kampan gehen können und das heißt, wir hätten überlebt! Wieso habe ich mich eigentlich falsch entschieden? Naja, egal! Selbstlosigkeit, durch das Fenster, das, äh, bla bla bla! Ja, ich auf jeden Fall und die anderen sind da durchgekrochen! Versorglichkeit, ich und 92,9 Prozent haben das Baby gehalten, die anderen Prozent sollen sich schämen! Äh, Überlebenskraft, ich hab, äh, ja! Ja, ich und 43 Prozent haben Rebecca nicht erschossen, finde ich auch gar nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin! Naja, was hätte ich tun sollen? Lass mal den Absprachen laufen, währenddessen kann ich ja noch ein bisschen erzählen! Ähm, ja, Episode 4 hat mich jetzt ein bisschen überrascht! Also, ich dachte schon, Episode 3 wäre schlimm gewesen mit den ganzen blöden Zombies, die da durchgewusselt sind! Aber nein, Episode 4 war ja noch schöner! Naja, in Wirklichkeit kann man eigentlich keinem wirklich vertrauen! Ich kann Jane nicht vertrauen, der ist jetzt abgehauen, ich kann Kenny nicht vertrauen, der ist emotional am Ende! Ich kann, äh, Luke nicht vertrauen, weil der manchmal irgendwie komisch ist! Ja, Rebecca ist ja jetzt, äh, tot! Das heißt, der hat nur noch Mike, der ist eigentlich ganz nett, dem vertraue ich, und die Bonnie! Die ist auch ganz nett, der würde ich auch noch vertrauen, weil die hat uns zwar erst verraten, aber danach hat sie gesagt, von wegen, sie hat sich für uns entschieden, um mit uns mitzugehen! Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, aber trotzdem ist das alles total scheiße gelaufen! Naja, ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte! Wenn ihr natürlich sehen wollt, wie es wäre, wenn ihr euch anders entschieden hättet, müsst ihr das Spiel entweder spielen, oder euch weiter andere Let's Plays angucken, ich bin nicht der Einzige, der das Let's Played hat! Es gibt natürlich englische, äh, Let's Player, sowie auch deutsche Let's Player, die das Let's Played haben! Es gibt verschiedene Endings, und auch verschiedene, ähm, ja, Sachen, die passiert sind! Und jeder hat ja was anderes genommen! Guckt euch noch ein bisschen an, wer wen gesprochen hat, auch wenn das in Episode 3 auch schon gestanden hat! Ich sag dann hiermit, tschön mit Öl! Wir sehen uns in Part Nummer 19 und auch Episode 5! Ich glaub, das ist dann auch somit die letzte Episode, wenn ich mich nicht irre! Ja, und dann haben wir eigentlich schon mit Part 5, wenn wir den erledigt haben, haben wir das Spiel eigentlich durch! Mal gucken, wie Part 5 wird! Ich lass mich überraschen! Ich will nur hoffen, dass ich nicht wieder irgendwelche dummen Entscheidungen treffen muss! Oder ich will hoffen, dass das, ähm, Baby gesund bleibt, oder uns nicht im Weg steht! Weil mein Baby lockt natürlich auch die Walker an! Naja, wir werden sehen, was in Part, äh, nicht Part! Guck mal, ich bin jetzt schon ganz verwirrt! In Episode 5 passiert! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Und hiermit verabschiede ich mich! Tschö! We do! Wir sehen uns bei den Herben! We do! We do! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020